Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast zum Review für UFC 260. Stipe Miocic vs. Francis Engarno hatten wir im Main Event gesehen, aber bevor es mit diesem Review losgeht, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch einen Follower bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Eine ehrliche Bewertung. Wollt ihr nur drei Sterne geben, dann sind es drei. Sind es fünf, dann sind es fünf. Schreibt gerne eure Kritik auch in diese Bewertung rein oder euer Feedback allgemein. Und ja, kommen wir aber mal zu Stipe vs. Engarno. Zuerst zu UFC 260. Ich muss sagen, dass Sugar Sean O'Malley richtig gut performt hat. Also Sean O'Malley hat mich sehr positiv überrascht. Ich dachte im Vorfeld, Thomas Almeida wird zu viel Erfahrung für Sean O'Malley haben und dass Sean O'Malley doch in gewisser Weise viel von seinem Hype Train gelebt hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat Sean O'Malley mit seinem Fight gegen Thomas Almeida bewiesen, dass er eben nicht nur der Hype Train ist, dass er nicht nur overhyped ist, sondern dass er wirklich ein solider Striker ist, ein schönes Striking hat, ein guter Fighter, hätte den Kampf finishen können, wollte den Walk-Off, aber damit war das, das war wohl nichts. Aber nichtsdestotrotz ist Sean O'Malley ein wahnsinnig, wahnsinnig starker Fighter und vor allem Thomas Almeida war ein starker Test. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Im Comin-Event hatten wir Tyron Woodley vs. Vicente Luque. Und im Vorfeld habe ich schon gesagt, wir stellen uns immer nur die Frage, wie kommt Tyron Woodley zurück? Und jedes Mal schaut man drauf und jedes Mal wird man enttäuscht. Ich habe damals zu meinem guten Freund Matthias Botthoff gesagt in unserem Podcast, Hey, ich glaube persönlich, dass Woodleys Zeit vorbei ist. Und ich freue mich auch gar nicht mehr auf einen Woodley-Fight, weil Tyron Woodley einfach nicht mehr gut ist. Tyron Woodley ist nur noch ein Schatten seiner selbst, so böse das auch klingen mag. Und genau das haben wir hier wieder gesehen. Ich meine, Woodley wurde quasi ausgenockt und gleichzeitig gechokt. Vicente Luque hat durch einen Darkstroke-Choke gewonnen. Und das, nachdem er diesen Fight auch im Stand hätte finishen können, nachdem Woodley zu Boden gegangen ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tyron Woodley nach diesem Kampf immer noch in der UFC bleibt. Dass er immer noch in der UFC-Fight ist. Viermal in Folge verloren, viermal eindeutig verloren. Es waren keine knappen Niederlagen, es waren keine Fehlentscheidungen, keine Robberies. Nein. Also mit Woodley in der UFC ist das, denke ich, vorbei. Und dann hatten wir noch das Main Event Steepay vs. Ngannou. Und ich war so wahnsinnig, wahnsinnig überrascht von Francis Ngannou. Ich hätte nicht gedacht, dass er so stark ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Ngannou ein so intelligenter Striker geworden ist. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage, aber in diesem Rosenstrike-Fight. Ngannou vs. Rosenstrike. So hätte Ngannou niemals gegen Steepay kämpfen können. Und ich habe auch diesen Rosenstrike-Fight als Referenz dafür genommen, warum ich geglaubt habe, okay, Ngannou wird verlieren. Ngannou, wilde Schwinger immer geliefert, sehr, sehr wild, sehr unkontrolliert. Und sowas hätte Steepay bestraft. Aber Steepay hat es nicht bestraft, weil Ngannou nicht mehr so gekämpft hat. Ngannou war kontrolliert. Ngannou war präzise. Geduldig vor allem. Ngannou war sehr geduldig. Und hat Steepay sehr präzise und schnell gekontert. Also ich muss wirklich sagen, dass das eine Überraschung war, weil Ngannou sich so, so, so sehr weiterentwickelt hat, seit diesem Steepay-Miochi, seit diesem Rosenstrike-Fight. Dass ich wirklich sagen muss, Wahnsinn. Ich denke, wir werden jetzt nicht Ngannou gegen Derrick Lewis sehen. Dana White sagt, falls Jones diesen Fight nicht möchte, dann bekommt Derrick Lewis den Kampf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dana White das ernst meint. Ich meine, das wird einer der größten UFC-Fights aller Zeiten. Jones gegen Ngannou. Leute, das ist brutal. Und mit Steepay müssen wir mal schauen. Steepay ist 38, Steepay ist schon ein bisschen älter. Und er ist trotzdem der Heavyweight-Goat. Niemand wird sagen, dass Steepay nicht das beste Schwergewicht aller Zeiten war. Wir müssen schauen, wie es sich mit Francis Ngannou weiterentwickelt. Sollte Ngannou jetzt Jon Jones besiegen und dann nochmal Curtis Blades oder Derrick Lewis und so weiter. Dann ist klar, dann haben wir jemanden Neues in der Diskussion des UFC-Heavyweight-Goals. Aber obwohl Steepay Miochic verloren hat, ist er für mich das beste UFC-Schwergewicht aller Zeiten. Und was ist mit euch? Schreibt es mir unten rein. Wir hören uns Dienstag bei der Preview zum nächsten Event. Und damit bis zum nächsten Mal.